Ist schon, ist schon, ist schon geil. Darf man auch in der Morello sagen? Darf man auch in Morello sagen, richtig, genau. Wir sitzen etwas weiter auseinander, um die Funkstrecken der Mikrofone zu testen. Man muss nicht immer nahestehen bei gut neun Meter und ein paar Kaputten da drüber. Neun Meter? Ein Alkofen, es gibt wieder einen Alkofen für Morello. Und es gibt wieder einen Alkofen und du bist 7,5 Tonnen. Das heißt, alle Klasse 3 Fahrer fühlen sich bitte jetzt angesprochen. Meine erste Frage war jetzt genau, und was ist denn der Zuladung? Knapp so anderthalb Tonnen bis 1,9 Tonnen, je nach Grundriss und je nach Ausstattung natürlich wieder was dazu kommt, aber wirklich vernünftige Ausstattung. Jetzt nicht, wenn man jetzt von Low-Cost sprechen kann, ist ein bisschen hart, aber nicht in der einfachsten Ausstattung, sagen wir mal, sondern wirklich in der normalen Ausstattung, wie Morello gewünscht wird. Da bleiben wirklich vernünftige 1,5 bis 1,7, 1,8 Tonnen locker über. Also wirklich auf Masse auch noch gesehen. Auf fahrbare Masse, richtig. Das ist natürlich eine Geschichte, in meinen Alkofen nicht wegzudenken. Vor ein paar Jahren hat man die für tot erklärt in der Zukunft und jetzt sieht man in jeder Klasse wieder Alkofen raus. Richtig, genau. Morello, Alkofen, wie der Tobi schon sagt, auch wirklich neu, Neuheit 2022. Hier sieht man ihn in einer vernünftigen Höhe. Mit wirklich genügend Kopffreiheit, wie ich es finde. Und genügend Freiheiten auch so im Bett. Das ist so aus dem Doppelweitwinkel hier. Genau. Oh, die Fenster und alles. Der Duft allein schon hier. Und ja, wir werden jetzt hier natürlich keine ausgiebige Rundtour machen. Wir halten mal ein bisschen rein in zwei oder drei Modelle. Weil wir wollen eigentlich nachher, ich hoffe es funktioniert, mit etwas überraschen hier. Richtig, genau. Aber wir können es noch nicht sagen, weil dann ist die Überraschung ja weg. Und wenn sie nicht gelingt, die Überraschung, dann haben wir nichts gesagt. Das war auch nicht schlecht. Schluss. Ein schönes, nicht sagendes Wort. Für viele ist es ein Alkofen, erst ein winterfestes Alkofen, wenn man hier die Wand zumachen kann, dass ein Schielelement drin ist, dann ist das winterfest. Und man kann hier auch noch einen Sitz reinbauen, so dass dann wirklich hier die riesengroße Rundsitzgruppe nachher ist. Ist der für sechs auch gegurtet? Ja klar. Für sechs gegurtet. Ich kenn mich doch hier nicht aus. Darum gibt es jetzt Spürkel und Morello. Und da werden wir auch einiges zeigen. Seid ihr schon das längere? Wir sind schon knapp zehn Jahre Morello-Partner, haben auch immer mehrere Fahrzeuge in der Ausstellung, natürlich, so dass man da den ein oder anderen auf jeden Fall zeigen kann, was Sinn macht. Verschiedene Wohnwelten und so. Oh, da haben wir ja viel Material, da gibt es viel zu drehen. Genau, da gibt es ganz, ganz viel. Ich bin ja in der in der Liner-Fraktion, auch wenn das jetzt ein Alkofen ist, bis jetzt nicht so zu Hause gewandert. Aber das können wir jetzt mal abstellen. Genau. Da können wir ein bisschen mit aushelfen. Da können wir ein bisschen was zeigen. Riesenfernsehen. Das Einzige, was ich weiß, was ganz wichtig ist, natürlich Sylvie Ready. Sylvie Ready und so ein schönes, schickes Glasregal. Überhaupt. Nur dann ist es ein echter Liner. Genau. Und nur dann ist es natürlich auch nur Morello, wenn es auch auf den Gläsern steht. Prost, Tobi. Prost. Das war nix drin, aber niemand mit der Kamera gekloppt. Also nicht, dass es euch schlecht wird. Meine Kameraführung lässt eben manchmal zu wünschen übrig. Aber kannst du natürlich schon hier flitzen. Ja. Lümmeln. Man darf auch in einem Morello lümmeln. Ja klar. Das nicht untersagt. Auf gar keinen Fall. Ja, ich meine Küche. Hallo. Ja. Wat ein Ding. Küche. Riesenkocher. Riesenkocher. Ich sag immer, sowas hast du manche nicht zu Hause, gell? Genau. Das hat man so. Und ich finde das auch immer so ein bisschen unangebracht, wenn dann viele sagen, ach, diese Liner-Fahrer, da gibt es so coole Leute darunter, die auch leben drin. Mittlerweile wie ich. Genau. Die leben drin. Da geht ihr Herz auf. Leben 2.0 auch wohlverdient. Jeder, der sich Geld verdient, das auch ausgeben. Da braucht man nicht neidisch sein. Das darf man ja nicht vergessen. Auch die haben mal gearbeitet. Auch die haben wirklich hart gearbeitet. Ich glaube, die wenigsten Bankräuber werden sich so was kaufen. Die meisten sitzen ja doch. Die sind in Argentinien oder Brasilien. Und da will ich jetzt nicht unbedingt mit Morello rumfahren. Richtig. Genau. Den Kollegen schließen wir mal kurz aus, um mal die schöne Tür zu zeigen. Auch hier ist es dann wieder die Zwei-Zimmer-Wohnung. Quasi. Ja, was für eine. Das ist ja eigentlich eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ja, genau. Zwei-Zimmer-Küche, Bad. Genau. Ja, Schrank. Schränkchen. Genau. Noch mehr Schrank. Ui. Ja, das ist gleichzeitig auch ein Ankleide. Richtig, genau. Das sind ja hier mal locker. 250 Breite, 1,80 Tiefe, 5,5 Quadratmeter. Genau. Und was auch ganz cool ist, kann man immer wieder erwähnen, viele sagen immer Haare waschen. Ich kann meine Haare nicht waschen am Waschbecken. Doch, klar. Sieht's doch aus. Hier kannst du dich echt austoben, wenn man Haare hat. Ja klar, wenn man Haare hat. Gibt's ja einige, die sollen keine Ahnung. Ja, Dusche. Genau. Haushaltsähnlich. Echt schick. Genau. Viel, viel Platz. Ja. Alles. Echt Glas. Echt Glas. Das ist echt Glas. Das ist Glas. Man traut sich's ja kaum in die Hand nehmen. Auch hier ist das auch so ne ... Ne. Au. Aber Echtstein wäre ein bisschen schwer. Also das würde man jetzt nicht machen. Das ist schon ein hochwertiger Kunststoffhalt in einer Marmoroptik, sag ich mal. Genau. Was dann auch ein bisschen die Hochwertigkeit widerspiegelt. Toilettenähnlich wie zu Hause. Zerhackertoilette. Haushaltsähnlicher Sitz. Abschwenkautomatik. Abschwenkautomatik. Geil, oder? Ich hab grad das Wort gesucht. Ich kann auch Softglose. Zuschwenkautomatik. Und hier hast du natürlich noch mal ne Tür. Oder hier habt ihr noch mal ne Tür. Und jetzt geht's noch mal ne Nummer größer. Ja, genau. Ist Folge. Wir folgen. Also, wie gesagt, man könnte hier Bücher schreiben oder Spielfilme drehen. Und wir machen jetzt auch nicht jede Klappe auf. Aber das müssen wir natürlich liefern, weil das vergesse ich ja gerne mal. Hier. Nahezu All Inkel. Genau. Nahezu. Es geht immer was. Das ist klar. 311. Ja, ich mein, hallo. Haben wir gerade gesagt. Ja, klar. Prima. Oh, was für eine Front. Das nennt man mal Fassade. Aber wenn du mit deinem 47er daneben stehst, hast du einen Schattenspinner. Also, Zuladung. Der beste Beweis. Ihr wisst, was Papier wiegt. Guckt die Prospekte am besten im Internet an. Da muss man das immer rumschleppen. Ganz kurz eben. Schreck nochmal rein. Ja, aber hallo. Was sehen wir da hinten? Eine Waschmaschine. Oh, ich schmelze bei Waschmaschinen. Weißt du, wo ich immer meine Wäsche wasche? Maxi-Autohof. Ja, super. Ich empfehle die Waschmaschinen am Maxi-Autohof. Echt gute Werbung gemacht. Egal, Schaufenster. Naja. Aber es ist so, wenn du nur sagst, du wohnst drin. Genau. Ich muss mal mit euch im größten Vergleich. Können wir das einmal machen, dass ihr euch nochmal so ranstellt. Fürs Familienfoto. Genau. Morillo. Genau. Alles sehr, sehr hoch. Sehr, sehr groß. Ist aber echt kaum zu glauben. 1,5 Tonnen. Richtig. Krass. Echt cool. So, da haben wir natürlich hier den Palace. Genau. Der normale Palace. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war Palace 1. Genau. Genau. 2019 war es. Da kam dann eine neue Palace raus. Immer noch zeitlos, ne? Ja. Und das ist ja das Wichtige. Das Klientel, das sowas kauft, will ja zeitlos unterwegs sein. Richtig. Keramik versiegelt, steht jetzt hier schon neuerdings ab Werk machbar. Kommt immer mehr. Ja. Für die Langzeitpflege eigentlich ein Muss. Genau. Das passt dann alles. Echtglas verkleidet hier jetzt mal über die Fenster. Ist allerdings ne Option. Was läuft so einer dann von der Tonnage her? Auch ein 7,5 Tonner. Das sind 7,5 Tonnen? Das sind 7,5 Tonnen. Ich mach jetzt echt gerne auf blöd, ob ich mich wirklich zu wenig aus kenne. Das ist ein Murillo Palace auf dem Iveco Daily Chassis. Also 7,5 Tonnen. Ich hab mir gedacht, das wären alles 12 Tonnen und so. Nein, nein, nein. Hammer. Dafür gibt's dann die größeren. Das sind dann die Palace Liner, Empire Liner, Empire teilweise. Stimmt, Empire. Ja, Palace gibt's schon länger als da. Empire war das. Ganz geradeaus, noch ganz kurz. Auch wenn da gleich vielleicht einer vorsteht, den wir nicht unbedingt filmen. Nein, ich bin voll über dir. Neuer Grundriss. Neuer Grundriss. 88 G, 9 Meter mit Smart Garage. Genau. Gibt's jetzt neu. Da geht's nach hinten durch. Da ist es. Nehmen wir mal kurz mit auf. Also ähnlich strukturiert hier. Genau. Aber da musst du doch dann auf 12 gehen. Nein. Auch noch? Ja. 7,5 Tonnen. Mit dem Smart. Genau. Wichtig ist aber nur, muss ein Benzinsmart sein. Also kein Elektrosmart. Sondern der Benziner muss es sein. Oder der kleine Diesel. Das passt alles ganz gut. Hast du nicht gesehen? Doch. Ich hab's gesehen. Cool. Schüttelt dein Haupt für mich. Das ist wirklich hier. Wow. Ist der dann da dabei im Preis, der kleine Smart? Nein, nein. Der ist dann nicht mit dabei. Nein, nein. Der muss dann dazukommen noch. Muss ja nicht der neue Smart sein, weil einer der neueren. Das kann ja auch der gebrauchte sein. Oder auch natürlich, man kann ja auch zwei Motorräder gut reinfahren. Ja, klar. Fahrräder, Motorräder, Quad. Hier ist natürlich alles mit Aldi und so. Natürlich. Da vorne ist da nix Prime. Hier ist Prime. Das ist hier so die Einsteigerausstattung. Da ist auch schon alles drin. Naja. Wow. Ja, stimmt. Jetzt in der Proportion kann man sich es wieder erklären. Ich mach mal die ganze Geschichte hier. Genau. Wow. Neun Meter. 8,99. Wie gesagt, mit Pkw-Garage. Cool. Und jetzt tauchen wir ab. Jetzt tauchen wir ab. Jetzt tauchen wir ab. Teppich. Das letzte Mal. Jetzt ist die Sendung um 20 Uhr. Wir zeichnen das jetzt wirklich um kurz vor 18 Uhr auf. Ihr hört, die ersten Motoren werden hier gestartet. Ihr hört es hoffentlich, weil wir haben eine Kulimik groß. Da hörst du nicht immer alles. Und ich denke, wir verabschieden uns im Namen aller Aussteller, Firmen, Leute, die hier durchgehalten haben. Zehn Tage. Es ist wirklich ein Knochenjob. Jeder, der schon mal Messe-Tätigkeit gemacht hat und so weiter, wird das bestätigen können. War eine schöne Zeit wieder in Düsseldorf. Richtig, genau. Jetzt haben wir wieder ein Jahr Ruhe. Dann ist das Jahr jetzt weiter. Im Hintergrund habt ihr vielleicht gesehen, das Ganze hängt hier nochmal in groß. Guck mal. Da steht die ganze Flotte. Die Flotte, Flotte. Gibt es im Röderberg Werksführungen? Natürlich. Kann man sich für anmelden. Ja, also nutzt das wirklich mal aus, wenn ihr bei Herstellern in der Nähe seid. Das ist ein Werk, wird ja auch gerade zum Teil noch mit neu gebaut. Sie erweitern die Produktion, damit noch mehr Fahrzeuge von in der Wand laufen. Und da ist es. Da kommen wir fast nicht durch, oder? Doch, doch. Auf die Bühne. Rechts oder links? Nach rechts. Da ist es. Wir gehen rechts. Neuheit 2022. Ja. Empire Liner. Lkw-Chassis. Reinhalten machen wir noch hier. Man sieht schon. Wir haben auch gerade noch ein bisschen Womoklik getroffen. Er ist mit seinem Fahrrad von der Halle schon weggefahren. Genau. Gute Fahrt nach Osnabrück jetzt für ihn weiter. Hat er uns gerade noch gesagt. Er hat ja auch eine schöne große Community, macht schöne Stellplätze in Verbindung mit Morello. Da habe ich jetzt ein Buch rausgegeben. Ich glaube, der Sidekick ist erlaubt. Hier. Wir sind Womoklik. Bitte die Betonung immer hier. Könnte bestellen auf Womoklik.de. Richtig. Das ist ja zum Nutzen aller. Genau. Und er kennt diese Größenordnung sehr gut. Also das heißt, er hat das schon auch so abgestimmt, dass du mit den Fahrzeugen dort auch hinfahren kannst. Richtig. Genau. Krass. Was fällt dir auf, wenn du den siehst? Die Spiegel, die nicht vorhandenen. Genau. Fahrsicherheit wurde hier großen Wert draufgelegt. Kameras sind oben eingebaut über die, wie soll ich mal sagen, über die Ohren. Ja. Ja. Und innen drin sind zwei Riesenmonitore, die dann den Außenspiegel darstellen. Man sieht sie auch so ein bisschen hier. Ja, genau. Das ist keine Lautsprecherbox, das sind wirklich die Spiegel quasi. Der nutzt aber auch die vier Meter gut aus, oder? Ja, klar. Und wie viel Tonnen hat der? Der sollte so um die zwölf Tonnen haben. Wir müssen gleich mal auf dem Preisschild genau schauen. Krass. Ja, ja, weil. Genau. Hat sich ja viel getan hier. Genau. Guckt mal. Schön. Das ist schon ein Gesicht. Ist schon immer beeindruckend. Das ist auch neu, glaube ich. Das ist auch neu. Genau. Kann man aber auch für die, ja, sag mal jetzt kleineren sagen, Palace bestellen. Kann man auch dafür bestellen, für den Home und für den Loft. Ist natürlich schon ein bisschen makaber, wenn man die kleinen Ja, ist die kleineren Sachen. Ist hier ein anderer Maßstab. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob wir schon noch stören dürfen, ob jemand drin ist. Aber ja, war ja klar. Genau. War klar. Aber trotzdem. Also, hallo, ich werde jetzt wieder mindestens einen Spruch kriegen. Aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, das günstet ihr nicht alle Tage. Richtig. Und bei Leinern kann man ja noch wesentlich mehr Geld ausgeben. Das kommt jetzt auch noch dazu. Natürlich. Da gibt es ja ganz andere Marken, die noch, da wo noch eins mehr da steht vorne. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal gucken. Hier, 10 Meter 5, 2,55 Meter, 3,86 Meter. Genau. Auf Arctus. Ich suche jetzt echt noch mal die Tonnage. Ich möchte hier nicht, aber... Ich sehe sie auch gerade nicht. Ich sehe sie auch gerade nicht. Ach, ihr könnt ja schön auch konfigurieren. Naja, eben. Dafür ist es ja da. Dafür sind wir ja da. Klopf, klopf. Hallihallo. Keiner da. So, Gangway. Ich sage ja immer nicht hier Treppe, sondern... Tonnage. Na, haben wir was? Nochmal. Ah, ja, du hast recht. Ne, 18. Ne, L5, Hinterachse 8, 24, 7. Liest du das mal? Ich kann das nicht. Ich kenne mich da nicht mehr aus. In der Klasse bin ich nicht zu Hause. Ja, 18 Tonner, ne? 18, ne? Ich denke. So, jetzt schweben wir ungefähr locker mal zwei Meter über der Erde. Über Normal Null. Bist du bekloppt. Guckt euch das mal an. Mensch, wenn du die LKW-Cockpits ansiehst, von früher in Anführungszeichen. Hörst du's? Messeschluss. Oi. Messeschluss. Hört mal, das hat's noch nie gegeben. Wir haben's erwischt. Wir gehen raus. Das war die Überraschung. Alle hupen. Genau. Hier die monströsen hupen. Jawohl. Jawohl. So muss das sein. In Volumenhallen natürlich, da wird teilweise auf 100 Autos gedrückt. Richtig. Das ist ein emotionaler Moment für uns. Richtig. Genau. Hammer, wir haben wirklich ... Es kann natürlich ein bisschen länger gehen. Es ist besser als Silvester. Ja, irgendwie schon. Für uns der Puls. Geil, oder? Komm, gehen wir nochmal rein. Muss man mal erlebt haben. Und jetzt machen wir hier unseren kleinen Rundgang noch fertig. Genau. Das ist schön, dass das geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Eine Kleinigkeit, aber echt gut. Kann man jetzt dann die Semmeln essen. Genau. Ja, also, da kann man schön dinieren. Richtig. Bar-Version jetzt hier, ne? Sogenannte Bar-Version. Ja. Auch in den anderen Fahrzeugen alles lieferbar vom Noredo. Also nicht in jedem, aber in vielen halt. Wo dann auch nochmal ein zusätzlicher fünfter Sitzplatz während der Fahrt halt ist. Ah, okay. Ganz wichtig. Zwei hier, einer hier. Zwei vorn. Fünf Sitzplätze, alles machbar. Ist auch alles irgendwie ventiliert und geheizt? Na klar. Sitzheizung, Sitzlüftung. Also, ich bin ja grad stehen geblieben vor lauter Emotionen mit der Huperei. Früher waren es am Lkw ungefähr gefühlt 5000 Knöpfchen drin. Genau. Jetzt ist das eben alles digitalisiert. Richtig. Und der hat ja Fahrhelfer. Ach, Leute, die kann ich nicht mehr aussprechen. Genau. Aber die alle haben ihren Sinn. Alle haben ihren Sinn. Haushaltskühlschrank. Mega. Wie zu Hause. Cool. Genau. Backofen, wie zu Hause. Ich werfe jetzt nochmal ganz kurz ein, dass mein Kumpel Sascha von Wir sind Camper in der Halle 3 oder 4, nee, nicht 3 oder 4, in einer Volumenherstellerhalle ist, glaub 10, 11 oder 12, und hat versucht dort das Hupen einzufangen. Also guckt auch mal sein Video von heute Abend, sein Schlussvideo. Ich glaub, der ist sogar live auf Sendung gegangen. Okay. Hier sind alle Bedienpaneele. Es ist alles elektrisch. Alles elektrisch. Wir machen es mal kurz auf. Hier hat sogar ein Bild, das du gar nicht merkst. Genau, da sieht man es. Also alles auch recht übersichtlich, obwohl es natürlich sehr, sehr viel ist. Ja. Aber man sieht schon diverse Solaranzeigen, Batteriecomputer, Alde-Bediental, Wechselrichterkontrolle, das normale Boardpanel, SAT-Anlage, alles sitzt an seiner richtigen Stelle. Und dahinter kommt es auch gut zu Elektrik. Genau. Und jetzt hier Push drücken, aber das schauen wir uns demnächst mal an. Nein, genau. Barfächer. Genau. Wow. Klimaanlage, natürlich. Natürlich. Es ist aber auch nicht mehr wegzudenken in der ... Nein, in der Klasse wird es gewünscht. Muss man ganz klar sagen. Genau. Das muss dann halt sein. Ja, man hat ja auch hier die 2,50 Meter wieder in der Breite des Fahrzeugs, was sich natürlich unter anderem in dem Bett wieder spiegelt. Klingt heiß. Ja, klar. Klingt heiß. Irre. Ja, ist blöd. Wir hätten eigentlich das Video gestern abmachen sollen. Da hätten wir mal hier noch ein bisschen schön gemütlich für die Nacht verbracht. Aber jetzt würden sie uns dann rausfahren. Ja, wir hätten ja genügend Semmel gehabt. Ja, genau. Und Wein steht auch noch auf dem Tisch. Super, perfekt. Der Abend wäre gelaufen gewesen. Hoppala, ich vergesse vor lauter Morello schon mein Mikro. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ja, hier seht ihr, das ist eigentlich bei den Leinern normal. Eine schöne Echtglasdusche, wie wir es gerade vorhin gesehen haben. Zerhacker-Toilette, Echtglasdusche. BD? Genau. BD-Funktion. Kann man aber auch bei den anderen Fahrzeugen dazu bekommen. Muss nicht nur die High-Class sozusagen sein. Geht auch beim Home schon. Einstiegsklasse von Morello, auch da kann man eine BD-Funktion schon realisieren. Sehr cool. Deckenventilator. Ergänzt es einfach. Schöner Durchsatz der Luft. Genau. Daut sich nichts. Und mit der Ein-Klimaanlage bei den Isolierwerten, die so ein Fahrzeug mit sich bringt. Richtig. Die sind garantiert besser als so manches Einfamilienenergie-Niedrig-Sparhaus draußen. Die Heizung läuft dann über einen Gastank in der Regel? Ja, richtig. Genau. Es sind immer Gastanks mit verbaut. Damit man auch wirklich die Autarkie bei seinem Fahrzeug mit Solar- und Lithium-Paketen muss man ja schon sagen. Wie ist das jetzt, wenn Spürkli mit den Traummobilen kommt? Könnt ihr jetzt aus diesem Fahrzeug nochmal ein Traummobil machen? Was für eine Frage, oder? Ich würde jetzt sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber es wird hier deutlich schwerer noch was zu finden, was er nicht hat. Ganz klar. Ja, na klar. Also hier sind mindestens zwei, wahrscheinlich drei oder vier große 210 Ampere-Stunden-Nizium-Batterien dabei. Was will man denn da noch trocken? Kannst du auch einen Generator haben und alles kannst du eigentlich haben. Genau, genau. Da kannst du nicht mehr viel pimpeln. Nein, das ist es. Aber es gibt genug Fahrzeuge, die Autarkie brauchen auch die nächsten Jahre. Natürlich, natürlich. Und das ist halt wirklich auch als Werkstatt gut. Ihr könnt auch den Service für viele Chassis machen, oder? Genau. Für Fiat haben wir den Servicevertrag natürlich. Für Professional. Genau. Garantiearbeiten am normalen Ducato. Alles und Alltag. Genau. Das ist ja das. Weil der Kunde fährt ja oft mal hier hin, mal da hin. Dann sind ein paar Tage Urlaub weg. Genau. Und durch die Werkstatt, die wir ja auch dabei haben und auch durch die PKW-Werkstatt und PKW-Verkauf, können wir natürlich auch Werkstatt-Ersatzwagen anbieten, wenn das gewünscht ist. So, dass man nicht mehr zwei Personen unbedingt kommen muss. Und guckt euch mal die Region an. Jetzt zum Abschluss nochmal hier, weil ich diese Ecke auch wirklich liebe, gerade über Caravansalon. Ich bin neulich in Oberhausen gestanden, am Yachthafen unten, ein kleiner Stellplatz, den man bitte mal ein bisschen überholen könnte. Das ist die Mahnung an die Stadt Oberhausen. Das ist aber so eine geile Stadt. Die haben so tolles Marketing. Richtig. Wir als Süd-Stadler, da muss ich aufpassen, also alles unterhalb des Weißwurst-Äquators, hat man immer das Ruhrgebiet so immer. Ja, Ruhrgebiet ist schwarz, grau, dunkel, Kohle. Nein, nein. Da gibt es so viel zu entdecken. Ja, auch selbst in Bochen schon, ne? Es gibt herrliche Städte. Eben, jetzt schon lange sind. Da ist ja so viel zu holen im Endeffekt. Im jeden Fall. Wer kennt keinen Starlight-Express? Ja. Wer kennt nicht das Bergbaumuseum? Wer macht dort einen Ausflug, hängt dann noch ein paar Tage dran. Genau. Das ist richtig cool. Wenn es irgendwo scheppert, die Bahn hinstand schon. Demnächst könnte er sagen, wer kennt nicht den neuen, ja, da sind wir ja gerade dabei, bei dem neuen Stellplatz der Firma Spürkl, wo es bald mal losgeht, sag ich mal. Also wir sind kräftig dabei, wo ihr stehenbleiben könnt, das Ruhrgebiet euch anschauen könnt. Genau. Da gibt es echt was zu sehen. Das ist also alles gar kein Problem, na klar. Da gibt es echt was zu sehen. Also überwinden wir alle die Vorurteile gegenüber vielen Sachen. Richtig. Da geht es nicht nur um die Städte, auch gegenüber der Menschen oder sonst was. Richtig, genau. Und lassen diesen Camperappell nochmal zurück. Genau. Und sagen, ja, raus brauchen wir gar nicht mehr gehen, die haben die Lichter schon ausgeschaltet. Dann bleiben wir in dem schönen Ambienten stehen. Und ich sage recht herzlichen Dank von Spürkl. Tobi, danke dir auch. Tobi, danke dir auch. Wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, wir hatten einen netten Einstand. Ach klar. Und YouTube-Style, kommt da vorbei. Schaut euch immer alles gut an, das ist wichtig. Wie gesagt, wir haben so einen ziemlich groben Durchschnitt durch die Palette immer im Bochum stehen, sodass man da auch ein bisschen genauer in die Details eingehen kann, als du es jetzt bei dem einen oder anderen Video mal gemacht haben. Neue Ware kommt immer hinterher. Immer hinterher, genau. Also macht's gut. Du auch. Mit einem lachenden und mit einem weinenden Lange verabschieden wir uns aus dem Morello in der Halle 5. Alles klar. Servus. Macht's gut. Hey, zum Abschluss noch eine Decke, oder? Was dann? Wir lieben alle die Deckenaufnahme. Die Decken? Ja, ich so noch eine Decke. Das nehmen wir. Okay, komm. Nein, eine Deckenaufnahme. Eine Deckenaufnahme. Jetzt sehen wir mal die etwas andere Deckenaufnahme. Wiederschauen bis zum nächsten Mal. Das sagt der Kämpfer Tobi. Ciao, ciao. Tag. Da, sagst du! Tag. Tag. Deckenaufnahme.